Sie ist kein Symbol der Schwäche, sondern ein Symbol der Stärke. Gottes Geist als Taube ermutigt uns zum Widerstand gegen die vermeintliche Logik von Waffen. Waffen hat die Kriege in der Unternehmung. Wir sind ermutigt zu fantasieren. Waffen hat die Kriege in der Unternehmung. Waffen hat die Kriege in der Unternehmung. Waffen hat die Kriege in der Unternehmung. Untertitelung des ZDF, 2020